Hallöchen Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von Cloud Pirates in der Beta mit dem Seras. Servus. Mit der Windfall, wie ich sehe. Die ungefähr tausendmal so viel Schaden macht wie meins. Könnt ihr mal die HP an. Ja, ich mache jetzt erstmal ein Bildchen, komm mal näher. So. So, das gibt ein Tabell. Äh, gib Stoff. Ich bin auch zu sehen rückwärts gefahren. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. 4.000 hast du. Ich habe 1.800. Dabei ist der Rumpf, glaube ich, so ziemlich derselbe, ne? Ja. Naja, nicht derselbe, aber ähnlich. Alter, was passiert denn hier? Alter, nicht mal die kleine verkackte Lightning kriege ich kaputt. Alter, jetzt ist aber auch mal in Ordnung. Erstmal weg. Einfach weg. Mist, der hat mich gesehen. Und das ist auch noch so eine verkackte Windfall. Alter, gegen den kann ich doch mal minimal gar nicht abstinken. Ich bin da und helft dir. Jetzt kann ich echt nur drauf hoffen, dass ich schneller bin als der. So, jetzt habe ich mal so einen Geboost abgepickt. Boah. Endlich. Erster Kill. Und weg. Und tot. Ja, also ich kann mir gerade echt ganz gut helfen, indem ich rumspringe. Ich darf mich halt nur nicht mit so einer Windfall anlegen, wie sie jetzt gerade hinter mir herfliegt. Ist auch noch schneller als ich, oder was? Ja, ich habe es gesehen, deswegen fliege ich da ja auch hin. Schnell weg. So, einmal drehen. Und Feuer. Ja. So läuft es ganz gut. Ja. Aber auch nur nicht mal die Hälfte von... Aber gut, das Citadel ist ein Tank, oder? Ja. Ich weiß, wie viel Leben die hat. Ich kümmer mich jetzt zu haben, die so Volcano. Die über dir ist. Uiuiuiui, weg. So, erstmal abhauen. Das ist so. Das war knapp. Also ich muss jetzt echt Hit and Run mit dem Ding machen. Also, wie in der leider kaputten Folge funktioniert das leider nicht. Einfach hinstellen und draufhalten. Einfach reinfliegen funktioniert leider auch nicht mehr. Wie, ich habe vorbeigeschossen. Oh, ich habe schon wieder in die Wand geballert. Alter. Was ist das für ein Vieh? So ein Mini-Schiff hat irgendwie nicht mal 1000 XP. Äh, XP. HP. Hatte irgendeine krasse Hauptwaffe. Hat mich fast mit einem Schuss gekillt. Ah, ne, ich mache das lieber nicht. Das kann ich noch gebrauchen. Ah, Mist, der Typ. Ist versteckt. Brauchst du Hilfe? Alter. Ach, dezent. Alter. Schnell weg. Ah, du bist das. Du hast mir vorhin so viel Damage gemacht. Was für ein Schiff? Wie heißt? Blind. Das ist ganz klein. Schnell. Ja, das ist das Torpedo-Schiff. Die zweite Stufe. Und das hat auch irgendwie ein ziemlich starkes Schild, da wie so das Gefühl. Aber ich bin hinter ihm. Und das ist nicht gut für ihn, glaube ich. Komm schon. Ich führe die Liste mit Schaden an. Ist er jetzt flugunfähig oder sowas? Endlich, ey. Autsch. Und weg. Das war knapp, ey. Komm schon, Engines. Lasst mich nicht im Stich. Liste Schild ist destroyed. Alle Schilds sind destroyed. Immerhin noch ein Kill gemacht. Bevor ich draufgehe, aber die wischen gerade dezent den Boden mit uns auf. Alter. 24.000 Schaden, ey. Ich glaube, das hole ich mir auch die Schlüssel. Das ist ja echt brutal. Das ist abartig. Killt zwar nicht so viel, aber der Image, den ich mache. Will ich auch. Will ich auch. Und da ist wieder diese kleine Blind. Das kam von mir, der große Schaden. Den hat es einfach auch zerrissen. Wo haben wir denn noch jemanden mit wenig HP? Ja, war das einzige, was in Reichweite war. Angriff. Komm schon. Ich muss weg. Das überlebe ich sonst nicht. Scheiße. Habe ich noch erwischt. Bist du draufgegangen? Noch nicht. Jetzt. Musste leider weg. Ja, kein Ding. Ah, da ist ein Heiler. Perfekt. Den kann ich gebrauchen. Krass. Sieht aus wie ein Barbecue. Hm. Wenn du alt zurückst, ist übrigens der Name der Spieler, den du zuschaust. Ja. Alter. Alter. Aber ich werde gerade ordentlich gehealt. Das ist ziemlich praktisch. Alter, diese Windfalls machen mich echt seelisch fertig. Ich kann überhaupt nicht mit denen mithalten. Also wirklich so gar nicht. Ich glaube, ich kann mir die jetzt aber auch kaufen. Ja, ist auch nur Tier 2. Die dürfte so relativ fix. Dafür brauchst du nicht mal alles erforschen. Was für eine Kanone? Was für eine Hauptwaffe hat die? Aber nicht so eine Sniper, oder? Nee, das ist eher so eine Schnellfeuerkanone. Dann gucken wir mal kurz. Chips. Windfall. Was brauche ich denn? Was möchte ich denn da noch für machen? So, jetzt kann ich sie holen. Nee. Hups. So, einmal die Windfall, bitte. Wo ist es denn? Windfall, da ist er. Was für eine Waffe nehme ich da? Unterste Reihe bei Hauptwaffe, Letzte. Nicht drin. Kann nur die erste nehmen. So, und der Rest. Nee. Ja, nee. Mehr kann ich gerade nicht ausgeben. Battle, bitte. Red Day. Red Day. Wird jetzt Together-Gewindfall. Das ist jetzt sogar relativ schnell. Gehen zehn Leute schon in der Schlange. Zwölf. Zehn. Ich hoffe, ich kriege bald. nochmal die Möglichkeit, mein Skin freizuschalten. Weil dieses Holz sieht mir irgendwie so künstlich aus. Hm. Das sieht aus wie so Plastik. Wie so Palsaholz-Bastelzeug. Ja. Ich glaube, ich mach doch nochmal einen Cut. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und let's test das neue Schiff. Yeah, ich bin ganz alleine bei Argesborn. Ja, ich kann jetzt leider auch nicht wirklich schnell zu dir kommen. Ja, ich komm zu dir. Ich hab ja diesen mega Long Range Blink hier. So. Ich bin bei C. Wie weiß, das hast du jetzt auch noch gar keine drin. Nope. Ich konnte nur die Waffe erforschen ein bisschen. So, dann schauen wir mal, was das Gerät drauf hat. Okay. Uuuuhuuhuuhuuhuuhuuhu. Ich bin gleich da. So ein typischer Fall von Nope. Voll, ich kann die Gegner jetzt. Du kriegst ne Menge Gesellschaft. Ich kann die Gegner langsam machen. Doll. Ich hau ab. Einmal umdrehen. Alter, wo kommst du denn her? Okay, aber den kriegen wir. Achtung, da kommt schon die nächste Kundschaft. Kommt ein Problem. Oh, das wird super. Das wird super. Wenn eben sein Chilldown ist, kann ich mich grad schießen. Yes. Sehr schön. So. Und da ist sonst keiner mehr oder außer der. Ganz so. Home alone. Ha. Tschüss. Guck, guck. Nein. Ich bin abgeprallt an der Wand. Sauber. Das ist ja fast OP im Doppelperk. Hm. Wo gehört sich das? Jetzt wischen wir mal wenigstens Boden. Achtung, da kommt wieder was. Ne Rock. So, lass mich mal vor. Achtung, der kommt, der kommt, der beamt sich hinter uns. Alter. Ich geh mal ein Stück hoch. In der Hoffnung, dass er mich dann nicht mehr trifft. Und wieder runter. Alter, der wird so sterben jetzt. Ich hab' ihn in die Kanonen zerlegt. Achtung, da kommt der nächste. Achtung, die ist geklincht. Du kriegst Torpedos. Jetzt bringt's sogar mal was meine Waffe. Weil ich ihn langsamer machen kann. Äh. Was war das jetzt? Ich glaub, der hat sich selbst zerstört. Also mein komplettes Schild ist auch weg. Also es hat ordentlich Damage gemacht, aber... Es gibt Harakiri-Fähigkeiten. Achtung, da kommt wieder einer. Oh, Junge, du bist so tot. Wenn ich getroffen hätte, scheiße. Ich... ich mach ihn langsam. Alter, ist ja schon wieder einer. Nein. Wollte grad schon sagen. Nicht mit uns, Kollege. Achtung, da kommt wieder was. Ich muss weg. Komm schon. Das war knapp. Schießt der immer noch auf mich? Okay. Der hat's auf mich definitiv abgesehen. Lol. Beide seine Kanonen-Seiten sind kaputt. Äh, ich bin down. Ne, bin ich nicht. Versuchen denn den Stein zu kommen. Das ist unser Punkt. Engine-Breakdown. Wir haben noch einen Kollegen hier als Backup bekommen. Alter, die haben nicht mal 100 Punkte, wenn wir gewonnen haben, wahrscheinlich. Wobei doch 100 werden sie bekommen, aber 150 wird schon hart. Das ist definitiv mein Lieblingsschiff. Ja, das ist echt nicht schlecht. Ein Doppelpack ist das OP. Zumindest bis wir einen Gegenbeweis erhalten. Und wir hier bleiben einfach. Ja, würd ich sagen. Obwohl. Ich port mich rein. Weehaa. Das ist schon richtig rein porten. Das war übel. Bin mal gespannt, wie viel Damage wir gemacht haben. Ich hab nämlich zwischendurch nicht geguckt. Genug. Äh, gar nicht mal so viel hab ich gemacht. Du, aber dafür umso mehr. Ja gut, dafür hast du aber vom Modus die ganzen Punkte geholt. Ja. So, dann pimpen wir das Ding jetzt nochmal ein bisschen auf. So, nehmen wir die hier brauchen wir. Und welche bei den Broadsides? Äh, dritte Reihe. Dritte Reihe. Schau dir mal den Endschaden an. Damage before overhead. Äh, 1700, ja, kann man mal machen. Ist ein bisschen schwierig zu zielen. Die fliegen recht langsam, aber wenn sie treffen. Ja, was, was nehme ich denn für Buffs noch mit? Also ich hab den Wave Shift, den ganz normalen und die unteren beiden. Das ist eigentlich Rapid Fire und Torpedo Volley. Dann nimmt man die doch mal mit. So, Gear. Ist jetzt etwas schwierig. Hab nicht mehr genug XP, aber das machen wir dann wahrscheinlich nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau.